GNTM-Streithäne Zö und Viktoria planen ihr BFF-Kommeback Sie keiften, zickten und stritten. Viktoria Pallas, 19, und Söseip sind das Hauptgesprächsthema der aktuellen Staffel von Germanys Next Topmodel. Als beste Freundinnen kamen die Österreicherinnen zum Casting. Doch in der sonnigen Karibik zogen plötzlich dunkle Wolken am Freundschaftshimmel auf. Seither folgt ein Streit auf den Nächsten. Doch trotz all der Beleidigungen und Vorwürfe sind die Nachwuchsmodels fest entschlossen, ihrer Freundschaft zu kitten. Im Gespräch mit Red schlagen und jetzt plötzlich ganz versöhnliche Töne an. Es ist uns beiden halt extrem wichtig, dass wir uns wieder näher kommen und normal miteinander befreundet sein können, verrät die Blondine. Und auch ihre Freundin gibt zu, ich würde einfach den wichtigsten Gesprächspartner meines Lebens verlieren. Zusammenfassend sieht es so aus, als wollten die zwei Streithähne nach etlichen Auseinandersetzungen das Kriegsbeil vorerst begraben und sich ab sofort gegenseitig den Rücken stärken. Und selbst wenn die Fetzen erneut fliegen sollten, sind die beiden zuversichtlich, dass kein Zoff der Welt sie entzweien könnte. Wir streiten halt, aber eine Stunde später sind wir wieder Freundinnen, lautet Resümee. Wie lange der Frieden zwischen und anhält, wird sich zeigen. Derzeit scheinen die zwei Bautis wieder ein Herz und eine Seele zu sein. Und das freut mit Sicherheit auch ihre Mitstreiterinnen, die von dem Endlos-Bave der beiden schon genervt waren. Wie lange der Frieden zwischen und anhält, wird sich zeigen.